Das Beste am Haus von meiner Eltern ist natürlich, dass man sich einfach auf den Balkon flitzen kann und das Leben genießen. Natürlich ist man nie alleine. Wenn man sich einmal hingelegt hat, ist ganz schön schnell der Hund dabei. Das Beste am Haus von meiner Eltern ist natürlich, dass man sich einfach auf den Balkon flitzen kann. Jetzt sind wir gerade in die Stadt gefahren, um ein bisschen den Schützenszug anzuschauen und unser Hund findet das nicht ganz so geil. Mir hat ein bisschen Angst. Da ist der Fokus. Wir sind bei meinen Eltern dieses Wochenende, denn es ist nicht nur euperschützenfest, sondern wir genießen das freie Wochenende auch, indem wir gleich das erste Mal den neuen Hund von meinen Eltern begrüßen dürfen. Der Alf. Und da sind wir ganz gespannt drauf, wie der so ist und wie er sich verhält. Wir gehen jetzt mal gucken, was der Fokus ist. Und wie der Gemüsegarten von meiner Mutter so kann. Hehehehe. So, das kenne ich hier. Das sind Zucchini. Also hier rote Beete. Ein Kürbis, der sich selber ausgesät hat. Wir wissen nicht so genau, was es ist. Aber wir hoffen auf Okaido. Und natürlich Buschbohnen. Wer kennt sie nicht? Sehr lecker. Und das hier, das ist Tupinambur. Keine Ahnung, was das ist. Google das mal. So, hier sind noch so ein paar Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren. Alles lecker. Also, ihr seht alles da, was das Herz begehrt. Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich kann mir gar keinen schöneren Ort vorstellen. Ich bin ja für Zimmerpflanzen gerne zu haben und habe da eine große Leidenschaft. Vielleicht kommt irgendwann der Garten. Ich finde das schon eigentlich ganz cool. Musik So, wir waren jetzt gerade noch schnell in der Beige schwimmen. Diese da. Einfach ein Hammergefühl. Wirklich. Toller See. Trinkwasser. Ich habe es probiert.